Hallo zusammen, heute mal aus unserem Meerschweinchenzimmer, wir müssen nämlich jetzt hier gleich ausmisten, aber vorab jetzt noch als Intro, ich habe euch ja schon die ganzen einzelnen Lenormand Karten vorgestellt, was die so bedeuten und jetzt kommt ein Video mit den Kombinationen, also ich kann euch jetzt nicht alle Kombinationen zeigen, das würde ewig dauern, aber nur mal, dass ich so ein bisschen rein finde, dass ihr so ein Gespür bekommt, was welche Karte mit welcher Karte so ein bisschen bedeutet, kommt jetzt das Video, die Lenormand Karten und die Kombinationen. Also, und ja, falls es euch interessiert, mein Sohn hat natürlich auch einen YouTube Kanal mit seinen Meerschweinchen, den macht hauptsächlich er, ich bin auch dabei und da verlinke ich euch mal den Button zum Fellnasenmehri Kanal, also wer Lust auf Meerschweinchen und Action hat, kann da gerne mal draufklicken. Okay, jetzt geht's los und viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei uns auf unserem schönen Kanal Angel Readings. Wie ihr seht, seht ihr nichts, jetzt seht ihr mal, worum es heute geht. Und zwar, ich hoffe, das Licht da hinten stört nicht so, wir haben ja schon ein Video gemacht, da habe ich euch die ganzen Lenormand Karten einzeln erklärt, ja, das blende ich euch vielleicht auch nochmal unten ein, wie es zu dem Video geht. Und das Video, äh, das Kartendeck besteht ja nicht nur aus den einzelnen Karten, was die bedeuten, sondern es geht natürlich auch um die Kombinationen. Und weil es ja eine Vielzahl an Kombinationen gibt, ähm, möchte ich heute mal einige an Kombinationen vorstellen. Ich habe wieder meinen Sohn dabei, meinen fleißigen Assistenten, der reicht mir jetzt einfach irgendwelche zwei Karten und ich deute oder erkläre euch mal die Kombinationen. Also die Karten sind nicht gemischt, ne? Gut, dann fangen wir mal an. Mein Sohn. Okay. Und da haben wir jetzt zum Beispiel hier die Vögel. Die haben die Aufregung, Stress, ähm, ja, Äff, Aufgewühltheit und so weiter. Also die Vögel, die stehen immer für Sorge oder auch Angst, Geschwätz, Nachrichten. Ja, und hier haben wir auch schon eine, da ist jetzt der Brief gefallen. Ähm, ja, der Brief, der steht ja für eine Nachricht, eine Ansprache, für Kommunikation oder etwas zum Ausdruck bringen. In Kombination, wenn ihr die beiden Karten so liegen habt, lässt sich das dann so deuten, dass es eine Nachricht geben wird, die für Aufregung sorgen wird, für Nervosität, für Geschwätz, also einen unangenehmen Brief, einen nervigen, unangenehmen Brief. Das wäre hier in Kombination so zu deuten. Dann machen wir mal die nächsten zwei, was haben wir da? Gut, da haben wir einmal den Turm. Der steht ja für Autorität, Einsamkeit, Arroganz, Trennung oder auch Krankheit. Kann der Turm natürlich auch stehen. Und hier haben wir den Mond. Der Mond steht ja für alles, was in dir drin vorgeht. Also Unterbewusstsein, Intuition, Emotion, Angst. Ja, also die beiden Karten in Kombination könnte man dann so deuten, dass du vielleicht darüber nachdenkst, ein bisschen in den Rückzug zu gehen. Ja, also in deinen Gedanken ziehst du dich so ein bisschen in die Isolation zurück oder bist emotional vielleicht einsam und gehst in den Rückzug. Ja, das können die beiden Karten in Kombination bedeuten. Danke. So, dann haben wir als nächstes den Mann und das Kreuz. Das bedeutet, das Kreuz heißt ja eine karmische Aufgabe oder eine Aufgabe oder es gibt etwas auf jeden Fall zu tun. Und ja, wenn der Mann da daneben liegt und auch schon so drauf schaut, ist das ziemlich eindeutig, dass der Mann hier in diesem Fall auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige, schwere karmische Aufgabe zu erledigen hat. Er hat eine Last, eine Aufgabe, die zu lösen gilt. Er ist also blockiert und kommt nicht weiter, ehe er nicht seine Aufgabe angenommen und gelöst hat. Das war jetzt die Kombination. Dankeschön. So, was haben wir da? Ah, da haben wir jetzt einmal die Frau. Die steht ja für die weibliche Person im Kartendeck. Und dann haben wir hier noch den Klee. Der Klee, der steht ja für das Glück und auch nur für das kleine Glück. Ja, in Kombination kann man hier zum Beispiel sagen, die Frau erwartet etwas Schönes. Ja, es kommt jetzt noch darauf an, was außen rum liegt. Oder man könnte dann auch sagen, die Frau sehnt sich nach dem Glück oder dem kleinen Glück. Auf jeden Fall ist ihr das Glück in dieser Kombination hold und kann auch so gedeutet werden. Okay, da haben wir einmal die Sense. Ja, die steht ja für einen schnellen Abbruch von irgendetwas. Etwas muss schnell, wird schnell beendet. Und da haben wir jetzt den Sarg. Ja gut, das lässt sich natürlich jetzt auch so deuten. Sieht es ja, es muss etwas, ein Thema muss schnell beendet werden. Hier liegt auch nochmal der Sarg dazu. Also das ist fast schon eine doppelte Deutung eines Themas, dass etwas schnell beendet werden muss. Der Sarg steht ja für Stillstand oder die Beendigung von einem Thema. Und die Sense haut hier auch noch rein. Das heißt, es muss beendet werden. Es kommt jetzt auch darauf an, welche Karten sonst noch außen herum liegen. Das kann auch sein, dass der Stillstand beendet werden muss. Das kann es natürlich auch heißen. Es kommt ganz aufs Thema drauf an, was da außen herum liegt. Also die Sense steht für einen Abbruch und der Sarg steht dafür, dass etwas ruht oder beendet werden sollte. So, was haben wir noch? Ach, was Schönes. Kombination Hund-Fische. Ja, das deutet jetzt eher auf eine Beziehungslegung hin. Das heißt also, hier die Fische stehen für die Seen-Partnerschaft. Partnerschaft, etwas Schönes. Der Hund steht für Loyalität und Treue. Das heißt, so in der Zweierkombination, dass man sich gegenseitig in der Beziehung treu ist und loyal gegenüber einander ist. Und in Berufsfragen ist der Fische das Geld, die Finanzen. Das heißt vielleicht auch, dass dir dein Einkommen sicher ist. Dass es dir loyal ist. Dass da nichts passieren kann in Sachen Einkommen. Das ist die Kombination Fischehund. Die Kombination könnte zum Beispiel heißen, dass es mit der Treue bald vorbei ist. Jetzt nur zum Beispiel, also wie gesagt, es gibt ja tausend verschiedene Kombinationen. Ich kann jetzt die nicht alle deuten. Aber ein paar, dass ihr mal so ein bisschen reinkommt in das Thema. Hier auch eine schöne Kombination, das Kind um die Liebe. Hier kann es sich vielleicht sogar auch um eine Schwangerschaft handeln in der Liebe oder ein Kindeswunsch. Kinderwünsche sind ja auch immer präsent. Oder es handelt sich hier um einen Neuanfang in Sachen Liebe. Ja, das ist auch eine sehr schöne Kombination, die ich finde. Oder du fängst etwas Neues an, was du liebst. Ja, in Berufsfragen zum Beispiel kann das auch sein, dass du hier etwas Neues beginnst. Etwas, was dir Spaß macht oder was du liebst. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir jetzt den Park und den Berg. Das bedeutet, dass du wahrscheinlich in deinem sozialen Umfeld demnächst auf Schwierigkeiten stoßen wirst. Ja, auf der Arbeit zum Beispiel oder bei Freunden, Bekannten eben in deinem sozialen Umfeld. Dafür steht ja der Park. Der Berg steht für Probleme und Hindernisse. Also, wenn du das jetzt zum Beispiel liegen hast, kann das schon heißen, dass du in der Öffentlichkeit oder im Beruf auf Schwierigkeiten stoßen könntest. Ja, die beiden könnten heißen zum Beispiel, dass du in der Öffentlichkeit deine Liebe finden wirst. Also, ich bleibe jetzt mal in der Reihenfolge, wie ich sie von meinem Assistenten bekomme. So, da haben wir jetzt den Bären und die Rute. Der Bär, der steht ja für Autorität, der steht für eine reife Person, der kann auch für einen Vorgesetzten stehen. Manche sagen auch, es ist der Liebhaber, da weiß ich nicht, sehe ich vielleicht ein bisschen ab oder kann auch gut in der Interpretation sein. Die Rute, die stehen für Diskussionen und Gespräche, also keine angenehmen Gespräche. Die Kombination heißt, dass du vielleicht mit deinem Mann oder auch im Beruf mit deinem Vorgesetzten unschöne Gespräche zu führen hast. Also, das bedeutet die Kombination. Dann haben wir hier einmal die Wege. Ja, das kann auch eine Trennung sein. Hier gehen ja die Wege auseinander. Und die Sterne. Also, die beiden Karten in Kombination heißt ganz klar, ob im Beruf oder in der Liebe hast du eine Entscheidung zu treffen, einen bestimmten Weg zu gehen oder dich irgendwie zu trennen, um in deine Klarheit zu kommen. Dafür stehen ja die Sterne. Also, es ist eine Entscheidung zu treffen, es ist ein bestimmter Weg zu gehen, um an dein Ziel zu gelangen. So, dankeschön. So, da haben wir jetzt erstmal die Mäuse. Die stehen ja für Aufregung, Stress, etwas nagt an dir, etwas stresst sich. Oh, und da haben wir die Schlange. Ja, also die Schlange kann jetzt in Beziehungsfragen auch die Rivalin sein, dass es eine Rivalin gibt. Und das nagt an dir, weil du vielleicht davon schon weißt oder das ahnst. Oder in Berufsfragen, die Schlange, die kann natürlich auch für Argelist stehen oder für einen komplizierten Weg. Und das nagt auch an dir. Das ist dir bewusst und das belastet dich psychisch. Das sieht man dann an den Mäusen. Da kann man zum Beispiel die beiden Karten deuten. Okay, dann, okay, da haben wir jetzt den Ring und den Fuchs. Ja, das heißt jetzt für mich in dieser Kombination, dass du in Sachen Beziehung, Ehe oder Liebe aufpassen musst. Der Fuchs, das bedeutet immer Achtung, Vorsicht. Ja, hier passt was nicht. Hier ist Täuschung im Spiel, eine List, also immer aufpassen. Ja, hier in dem Fall in Sachen Beziehung. Jetzt ist es beim Fuchs zum Beispiel so, dass man auch immer aufpassen muss, in welche Richtung schaut denn der Fuchs. Ja, in dem Fall schaut der Fuchs auf die Beziehung, auf den Ring. In dieser Kombination schaut der Fuchs davon weg. Ja, also es wäre hier alles soweit ganz gut. Keine List, keine Täuschung. Hier schaut der Fuchs drauf. Ja, das ist in anderen Kombinationen, wenn es um den Fuchs geht, genauso. Also beim Fuchs auch aufpassen, wo schaut denn der Gute hin. Okay, da haben wir jetzt einmal den Anker. Da steht ja für Festigkeit, Stabilität. In Berufsfragen steht der Anker für den Beruf selbst. Und da haben wir ein Schiff. Das Schiff heißt auch, dass etwas in Bewegung kommt. Etwas tut sich, ja, und zwar nicht schnell, sondern langsam. Und wenn du jetzt eine Erregung in Sachen Beruf hast, könnte das heißen, es kommt in Sachen Beruf etwas langsam in Bewegung. Etwas tut sich. Oder in Liebesfragen auch in Sachen Stabilität. Ja, in der Beziehung. Da tut sich etwas. Also etwas geht voran. Du machst Fortschritte in deinem Prozess, Arbeit oder in der Beziehung. So, da haben wir jetzt einmal die Schlüssel. Das heißt ja, du solltest dich für etwas öffnen. Oh, und da haben wir jetzt die Lilien. Die stehen ja A für Familie. Dann stehen sie aber auch für die Sinnlichkeit, für die Sexualität. Also alles Sinnliche und um Schöne und auch Familie. Manche deuten die Lilien auch für eine, für die Mutter selbst. Also das heißt hier ganz klar, du solltest dich für die Sinnlichkeit und für das Schöne, Familiäre oder auch für die Sexualität, je nachdem was außenrum liegt, öffnen. So. Was haben wir noch, mein lieber Assistent? Okay, da haben wir das Haus und die Blumen. Das Haus steht hier für alles Häusliche, auch für dein Inneres so ein bisschen, dein Inneres Zuhause. Die Blumen, die stehen jetzt hier für die Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Freude, Geschenkeinladung, aber auch für eine jüngere Frau. Das würde ich jetzt so toiben, dass auf dich in deinem häuslichen Umfeld etwas Schönes auf dich zukommt. Ja, schöne Zeiten. Die Blumen sind ja, die sprechen ja für sich selbst, also in deinem häuslichen Umfeld, da kommt etwas Schönes auf dich zu. Ja, dann haben wir jetzt noch den Baum. Der Baum, der steht ja für Wachstum, für Stabilität, auch die Bindung zur Vergangenheit, für das Gefestigtsein im Leben. Und dann haben wir hier die Karte der Störche, die steht für Veränderung, Bewegung kommt herein, Glücksbringer. Ja, also in Kombination würde ich sagen, es kommt etwas, es verändert sich etwas in deinem Wachstum, in deiner Stabilität zum Guten. Irgendetwas Schönes kommt auf dich zu, in Bezug auf die Festigkeit in deinem Leben, in deiner Stabilität, in deinem Wachstum, was dir helfen wird. So, was haben wir noch? So, da haben wir einmal das Buch. Das Buch, ja, das steht ja für Wissen, Geheimnis, Weisheit, etwas erforschen oder auch, dass sich ein Kapitel schließt. Und hier haben wir ja eine sehr, sehr schöne Karte, die Sonne, Glück, Sieg, Erfolg, Kraft, Wärme, Wahrheit. Das kann man jetzt, gut, kommt auf die Karten darum herum an, entweder schließt sich für dich erstmal das Kapitel, dass du auf der Sonnenseite stehst, kommt auf die Karten außenrum an, oder es schließt sich für dich ein Kapitel, ja, dass du dann auf die Sonnenseite kommst. Wenn jetzt hier zum Beispiel der Mann, das unter das Kreuz liegt, sei es, dass der Mann hat, eine Aufgabe zu erledigen, ein Kapitel zu schließen, um in seine Selbstliebe oder auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Also, so kann man das auch deuten. Und dann haben wir noch zwei. Okay, da haben wir einmal den Reiter, der bringt die Nachrichten oder bringt etwas in Bewegung, ähnlich wie Störche und Schiff. Und der bringt das aber schnell in Bewegung, weil das Pferd ist ja etwas schneller als das Schiff. Okay, und hier haben wir die Karten, die Wolken, die stehen ja immer etwas für Verwirrung und Unklarheit. Also, hier ist aber auch bei der Karte die Wolken zu bedenken, es gibt eine dunkle und eine helle Seite, ja, und in dem Fall ist der Reiter auf der dunklen Seite. Das heißt, für dich kommt in deinem Leben etwas relativ schnell in Bewegung, was dich erstmal in einen verwirrten Zustand, in einen unklaren Zustand versetzt. Ich lege das jetzt in der Deutung andersrum, würde es so zu deuten sein, dass du aus der Unklarheit relativ schnell herauskommst, weil irgendetwas schnell dahingehend in Bewegung kommt und du kommst wieder aus der Unklarheit heraus. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Kombinationen. Wie gesagt, es gibt ja unzählige Kombinationen, das Video könnte jetzt den ganzen Tag gehen. Aber nur mal jetzt für dich, wenn du Einsteiger bist mit dem Lenormor-Kartendeck, dass du so ein bisschen ein Gefühl bekommst, wie die Karten denn zu deuten sind. Ja, wie gesagt, ich könnte da jetzt den ganzen Tag drüber erzählen. Wenn du noch Fragen hast dazu, kannst du mich gerne anschreiben. Ich mache dir auch ein persönliches Reading, wenn du Probleme und Sorgen hast. Alles steht in der Infobox unter dem Video. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir mal viel Spaß beim Üben. Und ich hoffe, du kriegst das hin. Ich bin fest davon überzeugt. Wir hören uns zum nächsten Video. Bis dann. Ade.